das sind ganz normale tierchen keine ahnung irgendwas wo er ruft dann nachts um 12 und heller alte okay katze wieso kann ich da jetzt nicht schimpfen böse miete das geräusch macht mich wahnsinnig ob es jetzt handen geschickt ich glaube nicht auch hier ich bin so konzentriert darauf dass ihre ihre werte ich im grünen bereich bleiben ok mechanical das kann man bestimmt irgendwie lernen aus dem pischer record oder ja dann machen wir das jetzt dann noch ach gott ja wobei fehlt uns wieder die zeit für denke ich ich weine innerlich weinig die spaß mit der großen pfitt ok folgendes ob es wird mal wieder rausgeklickt ganzes neues und mal rechnungen auch wenn rechnungen natürlich immer rechnungen dann gemeinsam mit mir noch wieder aufstehen können wir auch ich habe vergessen Der Futter noch zu füllen. Okay. Äh... Duschen. Klo... Essen? Weiter gucken. Äh... Fernsehen gucken. Wow, okay, okay. Wow, ich glaube so gut waren sie noch nie. Dann konnte sie jetzt noch ein bisschen mechanical lernen. Komm. Juhu, direkt weitermachen. Okay, sehr gut, sehr gut. Die Werte sind nur okay. Äh... Die füllen wir noch eben auf. Und dann... Gehen wir in die Orweide? Oh, pff. Ja, hallo kotze, wo bist du? Wo ist sie denn? Ach so. Oh. Alrighty. Schneller. Oh, das ist so süß, wenn sie kuscheln. Okay, ich muss definitiv... Schon wieder. Krass. You've been promoted to field sales rep. Before you move up in the company, you'll have to earn your dues put... Putting in a long day on the road. Meet your quotas. Charisma can make a good sales pitch great and make good contacts and you'll be ripe for promotion to an office without wheels. You now work from 9 a.m. to 4 p.m. starting immediately. You brought some 250 today and got a bonus 500. Krass. Guck mal das ganze Geld an, das wir jetzt haben. Hm. Hm. Okay. Folgendes. Wir bauen alles. Wir nutzen das direkt. Und zwar... Machen wir mal hier den Wohnraum ein bisschen größer. Nur so ein bisschen. Damit wir uns hier vernünftig bewegen können. Ähm. Ja. Ich glaube, ich möchte hier... Äh. Hier. Und so. Äh. Achso. Okay. So. So. Und dann möchte ich... Hier. Und hier. Und dann das ganze... So. Und so. Okay. 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 Dann brauche ich hier. Gibt's hier keine Pipette? Es gibt keine Pipette. Oh nein. Ähm. Okay. Das wird spannend. Äh. Okay. Kein Problem. Wir kriegen das hin. Nee. 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 Äh. Was kostet die sieben? Okay. Wir merken uns das mal eben. Weil wenn die hier eigentlich teurer ist, dann nehmen wir auf jeden Fall die andere. Wenn ich sie jemals finde, heißt das. Nee. 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 Hab ich's? Ah. Die ist es. Okay. 15. Nee. Nee. Wir nehmen die andere. Jetzt muss ich sie nur wiederfinden. Äh. Was ist die? Ja. 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 Aber ne. Das ganze Haus. Oh nein. Ich hab jetzt irgendwas ingestrichen. Haha. Nein! Och. Okay. Ich weiß nicht genau wie ich das gern hätte. Gefällt mir das so? Oder mach ich doch das ganze Haus? Vielleicht mach ich doch das ganze Haus. Okay. Dann innen. Oh je. Ähm. Boah. Ich hab keine Ahnung mehr, was das für Wallpaper war. Ups. Die hier, oder? Nee. Aber fast. Wir machen die mal weg. Mein Handy klingelt. Ich weiß nicht, ob das hört. Die finde ich eigentlich ganz schön. Ich mag ja grün. Machen wir mal ein Schlafzimmer. Äh. Die ist mal ein bisschen zu... ...aufgeregt. Äh. Nee. Oh, wie wär's mit der hier. Ein Greenscreen. Ah, ich glaub die ist mal zu langweilig. Die Musik ist voll laut. Es ist schön, aber laut. Nee. Ja, weißt du was? Mach mal einfach. Ja. Okay. Dann... Kann ich denn? Kann ich denn? Kann ich denn? Aber der hängt über... Der hängt überall schlecht eigentlich. Ich glaub ich möchte verkaufen. So. Dann brauche ich noch eine Tür. ins Board nämlich. Achso. Und hier muss ich natürlich den Boden umpassen. Oh Gott. Wart es der? Nein. Der ist aber auch nicht schlecht. Drehen bitte. Äh. Ne. Achso. So. Okay. So. Ähm. Ja. Okay. Ähm. Done. Ähm. Okay. wenn ich mir hier im bord mal waschbecken man gönnt sich ja sonst nix ich überlege zu können dann immer in die badewanne oder geht das nur ich muss kurz festen kannst du so nur in die badewanne gehen lola auch auf nein du sollst jetzt erstmal also beschwert sich nicht dass es nicht geht jetzt beschwert sich ja okay das klo ist im weg okay alles klar dann ja es klo im schlafzimmer ist doch super auch das im eck ist ja doof jetzt ist es mit der zweiten tür doch nicht so ideal waschbecken weil ich glaube ich habe das waschbecken im gefängnis finde ich also irgendwie hässlich das soll was ist der 150 waren die alle teuer warum hat der hier keine beschreibung okay wir müssen wohl gerade nur mit dem hässlichen ding hier leben irgendwie schaut das bad jetzt richtig scheiße aus komm wir machen die zweite tür wieder weg nein das wo habe ich jetzt die lampe weg okay wir machen das einfach mal andersrum jetzt so so ist doch wunderbar die küche mein die ist jetzt eigentlich erstmal groß genug brachte nur das eine ding zum zum kochen irgendwie schaut das alles kacke aus aber es ist heute zu ich glaube in sims 1 ist das schwer dass irgendwas ne kacke aussehen zu müssen und sich mal drehen hallo ja ich bin begeistert 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 Achso. Irgendeinen hübschen Teppich? Was sind die denn? 233, ihr seid doch bescheuert. Nee. Definitiv nein. Okay. Wunderbar. Ich meine, das Bücherregal hätte man theoretisch andere ins Wohnzimmer stellen können. Irgendwann. Okay, jetzt haben wir hier einen Riesenrahmen, mit dem nichts drinsteht. Ist doch super. Okay. Folgendes, ihr Lieben. Ich versuche jetzt gerade nochmal ihre Bedürfnisse nochmal nach oben zu kriegen. Und dann würde ich die Aufnahme wieder beenden. Denn ich muss noch ein paar andere Spiele aufnehmen. Und heute Nachmittag wird gestreamt. Gestern war ich nämlich faul. Jetzt geht's ins Bad, um das Geschirr zu spülen. Das macht erst Sinn. Okay, und jetzt geht's ins Bett. Haben sie zwei Futternäpfchen? Beide sind leer. Unsere gute Kotzenmama. Und Phosphor. Oder? Ist der leer? Sie frisst auf dem Fall noch raus. Okay. Hilfe! Okay. Das hat irgendwann ja ganz gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, dammit. Okay. Naja, gut. Besohl. Need one friend. Okay, wir werden nie mehr befördert, weil wir werden nie ein Freund haben. Außer die Kotze gilt. Ich meine, sie ist auch Freund. Vielleicht gilt die Kotze. Ich glaube, die Fliegen sind tatsächlich ein Zeichen dafür, dass Kotzenklo sauber gemacht werden muss. So, Fernsehgucken. Und Bett. Okay, und sobald es jetzt im Bett liegt, würde ich sagen, machen wir Schluss. Mit dieser Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen ganz herzlich. Ja, ich hoffe, es trottet euch wieder. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber wir sind immerhin deutlich weiter gekommen als die ganzen letzten Folgen zusammen, glaube ich. Also wir verdienen jetzt Geld. Relativ gutes Geld. Und ich denke, wir können uns dann bald wieder der Schauspielerei widmen. Oder was auch immer, welchen Weg wir immer einschlagen wollen. Auf jeden Fall sind jetzt schon mal die Grundsteine gelegt, sozusagen. Wir haben eine zweite Kotze. Nach dem Schlag Sahne. Ja, wir haben unser Haus ein bisschen ausgebaut. Und ja, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020